Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. Werde berühmt. Ja, wir sind gerade dabei für unseren, also die Schauspielfähigkeit zu trainieren. Und, ähm, ja, es geht aufwärts, wenn es auch natürlich besser sein könnte. Äh, Quatsch, nicht Rede üben. So, können wir gerade mal, so, wir können jetzt gerade mal pennen gehen. Weil, das müssen wir auch machen. Oh, ach so, wie sieht es mit deinem Futter eigentlich aus? Oh, da müssen wir dann auch noch Schüssel füllen. Das war aber nicht wirklich geschlafen, ne? Nur mal so als Anmerkung. Geht doch. Sophie verschwindet aus dem Rampenlicht. Oh, da müssen wir natürlich... Äh, nein. Will ich nicht. So, aber wir können jetzt natürlich nochmal wieder, ähm, das aktualisieren. Und die Instagram-Story. Ja, klar, kommt vorbei. So. Soziale Medien-Medien-Status wurde aktualisiert. Denn wir haben 15 Follower dazu genommen. Und insgesamt 121 Follower. So. Und nochmal weitere 12. Äh, da könntest du eigentlich gerade weitermachen. Auf, dass wir da fertig werden mit dem Bild. Was ist los, Bella? Möchtest du... An, äh... Hund zum Spielen... Äh, kennenlernen. Nicht dahin gehen. Äh, ähm... An Lieblingsstelle kratzen. Bisschen spielen. Level 5 der Malerfähigkeit erreicht. Sehr gut. So. Dann haben wir gleich das Bild fertig. Hm. Hoffe ich. Ist schon ein süßes Hühnchen. Ah. Ähm... bürsten wir dich. Entspannen. Dann können wir das noch verkaufen. Wird unser Ruhm auch wieder besser. So. Kompliment über Outfit machen. Einen Witz über Aliens erzählen. Achso, wir machen gerade entspannen. Ist schon eine Süße. 19 Uhr haben wir das Casting, ne? Ja. Nichts Casting. 19 Uhr ist der Auftritt natürlich. Auftritt, nicht Casting. Stimmt ja. Ja, und da kann man natürlich nicht mitmachen. Aber da. Am nächsten Tag dann. Die spielt oder macht sonst was am PC? Machen wir gerade mal ein bisschen schneller voran. Levelaufstieg. Level 3 der Fähigkeit Comedy. Sehr gut. Plaudern wir mit Vanessa. Machen wir gerade mal ein bisschen schneller voran. Machen wir gerade mal ein bisschen schneller voran. Machen wir gerade mal ein bisschen schneller voran. Vadiash. So. Und einmal Gemälde verkauft. Dann kannst du da nochmal voll machen. Ja, sie muss los. Und du musst strullern. Okay, dann geh du gerade mal. Hunger wäre danach nicht verkehrt. Das heißt, wir könnten gerade noch was kochen. Ein Schinkenfestmahl. Oh. Machen wir ein Schinkenfestmahl. Da bin ich aber mal gespannt. Verdorbenes Essen ist doch gar keins drin, oder? Doch ist es. So viel muss in etwa einer und Issan hat heute 280 Simoleons mit nach Hause gebracht. Sehr gut. So, dann kannst du eigentlich gerade mal Schreiben üben, mein Lieber. Wobei du bist müde und müsstest gerade duschen. Dann geh du gerade mal duschen, mein Lieber, und dann kannst du dich hinlegen. und wir müssen wieder über Mode reden. Ach je, oh je. Äh, nein. Ich muss nämlich gleich zum, zum Auftritt. Da sieht's dann schlecht aus mit, äh, mit, mit, ähm, dem, ähm, ähm, Talentwettbewerb da. Aber morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Kriegen wir das noch fertig? Ah, wir haben nicht mehr so viel Energie. Mitmachen natürlich. Das ist ja wohl logisch. So. Wir sind wieder vor dem Studio. Wir müssen natürlich frisieren und schminken. Damit fangen wir natürlich mal an. Komm mal ein bisschen angedüst, meine Süße. Oh, heute ist mal kein Seemannsauftritt. Heute kein Seemannsauftritt. Hm. Wow. Nicht gut. Nochmal drüber lackieren, bitte. Und nochmal drüber lackieren. Hm. Naja. Bin mal auf die Frisur gespannt. Oh, okay. Gut, gibt eine andere. Gibt eine andere zum Glück. Okay. Gut, dann lassen wir uns das Kostüm anziehen. Geschminkt sind wir. Kostüm kommt. Ah. Mabau. Wow. Wir sind ein Hotdog. Ich glaube es ja nicht. Wofür haben wir uns dann geschminkt? Wofür haben wir uns dann geschminkt? Ah und nein! Pip-i-moi-oi! Pip amoi! Pip amoi! Pip amoi! Bo-an-aya! Bo-an-aya! Bo-an-ya! Pui! Dolphus-ribbuda! Können wir auch schon mal anwählen? So. Sehr gut. Äh, Notiz vom Regisseur... Regisseur... Egal. Äh, von dir brauchen wir eine Notiz von der Regisseurin, so. Und dann können wir ihr sagen, dass wir... ...bereit sind. So. Erhalten wir noch die Notizen. So, okay. Mehr Auswahl nach den Tagfragen. Das können wir auch grad bei ihr machen. Nach Tagfragen. So, und dann sagen wir ihr... Nein, 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 nein. Äh, sagen, dass wir breit sind. Genau. Wir sind breit. So. Tanzszene aufführen. Singen wir mal riskant. Bin ja mal gespannt. Und... A. 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 B. A. 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 C. Tancesn. Riskant tanzen. okay und dann haben wir hier noch mal tanzszene machen wir auch riskant gehen wir heute mal volles risiko ok gitarrenszene aufführen da machen wir auch riskant mädel mädel ok ok ich weiß ja dass du müde bist und hunger hast aber ja ist ja gut mädel stell dich nicht so an du sollst gitarre spielen du hole nuss hallo dann spiel sicher gitarre aber spiel gitarre jetzt ist es verbuggt ok dann ist gerade mal was das hat er jetzt irgendwie nicht mitgekriegt mit der gitarrenszene oder sind wir einfach zu müde dazu das kann natürlich auch sein so jetzt haben wir zumindest mal den hunger weg so machst du jetzt deine gitarrenszene ich hoffe doch sonst müssen wir noch irgendwie ein nickerchen kurz machen wo auch immer hallo das ist doch käse das ist doch einfach käse warum funktioniert das jetzt nicht warum funktioniert das nicht das ist hier jetzt die frage ich würde gerne den auftritt abschließen aber aber das wird nix das wird einfach nix das wird einfach nix ja das klappt nicht mit es kann ich nicht mal was dafür er macht es einfach nicht dann lassen wir das mal schnell vorbei laufen so zurück nach hause so viel befördert und ist nun gast da es sind neue castings verfügbar sehr schön das haben wir immerhin geschafft ja und damit sage ich dann auch einfach mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und seid das nächste mal wieder mit dabei ja wenn wir mal gucken was wir dann noch so tun können der braucht spaß du musst aber auch schreiben üben deswegen wirst du das jetzt auch mal weitermachen ja und wie gesagt ich sag vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und seid das nächste mal wieder mit dabei in diesem sender tschüss bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss